Weiter geht's bei Outlast. Doch bevor wir eine Etage weiter runterjumpen, möchte ich einen Blick auf unsere Notizen werfen. Unser Charakter macht sich ja regelmäßig Notizen, wenn wir etwas Besonderes gefilmt haben. Und das klärt nicht nur ein bisschen über die Story auf, sondern eben auch über den Gedankengang, den er währenddessen hat. Und ich glaube, das ist sehr interessant, deswegen sollten wir uns das noch schnell geben. Wir haben zwar ein bisschen was gefilmt bereits, aber die Notizen noch nie gelesen. Muss ich irgendwie vergessen haben oder überlesen haben, dass das auch geht. Wie auch immer, wird jetzt nachgeholt. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Merck of Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Merck of Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, also schon die erste Notiz hat sich eigentlich komplett gelohnt, weil wir hier wieder direkt einige Infos bekommen, die mir so auch nicht ganz klar waren. Und zwar dachte ich, dass wir eigentlich dieser Merck of Corporation jetzt erst auf die Schliche kommen. Aber der Miles weiß ja offensichtlich schon, dass die übelsten Dreck am Stecken haben und das nicht erst seit gestern. Okay, gut. Next one. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Merck of Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Merck of Advanced Research Systems. Merck of hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Merck of Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezieleinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Da scherzt er noch. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden. Und stirbt. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Wie gesagt, noch scherzt er, aber das vergeht ihm sehr bald. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen. Einige Rippen sind gebrochen. Wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusst los. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu seinem Wohl tut. Oh gosh. Großer Dreckskerl. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Bluts an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Aber ich dachte, der ist voll lieb. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser scheiß Ort. Sterben gehört jetzt zu den wenigen, oder zu den weniger schrecklichen Dingen. Ist halt echt so, oder? Viele von denen hier wünschen sich nichts mehr als zu sterben. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig seinen Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkhoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische, ne, eine physische, sorry, Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht, vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ey, ganz am Anfang, in Part 1, war so ein komisches, komisches Bild direkt am Eingang zu sehen. So, sowas Weißes, Seltsames. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Grafikfehler war oder ob das schon so ein Vorzeichen war. Jedenfalls geht es jetzt weiter, Leute. Und es wird noch gruseliger. Scheiße. Ich habe zwar keine Klaustrophobie, aber das ist trotzdem mega creepy. Warte, Klaustrophobie war doch die Angst vor kleinen, oder vor wenig Platz, ne? Ich wechsle das immer. Ziel, finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja, nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Achso, übrigens, oben in dem Bereich, kurz bevor ich runtergesprungen bin, in der Ecke war noch eine Batterie. Die habe ich aufgepickt. Auf Camp. Das wollte ich noch erwähnt haben. Ach so scheiße, es gibt hier Millionen Wege. Und das ist schon die erste Sackgasse. Okay, hier drüber. Da ist ein armer Kerl. Und ich glaube, da könnten wir sogar durch. Aber soll ich da schon lang? Ich will nichts übersehen. Und da sind wir gekommen. Okay, hier ist nur eine weitere Sackgasse. Irgendein armer Kerl wurde von den Felsen begraben. Er wurde auch gerade auf der Flucht war. Na schön, dann schnell durch den Tunnel. Auch wenn es mega eklig ist. Batterie wird leer, aber wir sind diesbezüglich wenigstens ganz gut ausgerüstet. Da kann man sich nicht beklagen. Was war... Was war denn das gerade? Da ist irgendein seltsamer Nebel oder sowas entlang geflogen. What the fuck? War das... War das das, wovon gerade gesprochen wurde? In den Notizen? War das das ja das Hauptproblem? Oh, ein Dokument. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater. Also der Martin Archenbaut. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geistergespenster Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sols Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider. Das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuhalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Da war mal eine Leiter. Ein möglicher Ausgang, was für uns aber keine Option mehr ist. Okay, wir sollen auf jeden Fall diesem Schatten folgen. Der ist da entlang. Glücklicherweise wird es da drüben auch wieder etwas heller. Braucht mal keine Nachtsicht mehr. Kann nur ein bisschen Batterie sparen. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ah, und hier ist eine Karte. Mhm. Oh. Ah, okay. Das ist unser Fluchtweg, aber wir müssen erstmal das Wasser rauslassen, sonst können wir da nicht lang. Oh, fuck. Ist das der Kettenmann? Ja. Das ist er. Shit. Oh, fuck, 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 fuck. Er weiß schon längst, dass ich da bin. Oh, Mann. Wo soll ich lang? Oh, Mann. Oh, wir könnten da durch den Tunnel, aber das habe ich zu spät gesehen. Oh, Sackgasse. Oh, Gott. Ich glaube, ich muss sogar durch den Tunnel. Das war ein Riesenfehler. Okay, neue Option. Schnell hier durch. Schnell, 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 schnell. Nein, er hat mich rausgezogen. Steh auf. Und renn. Oh, hier durch, hier durch. Ich weiß gerade nicht, ob ich zurückkehre. Von da, wo wir gekommen sind. Nein, 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 doch nicht, doch nicht, doch nicht. Das ist ein neuer Weg. Und er kann da nicht durch, er ist viel zu dick. Oh, shit. Aber der Moment, als er mich da rausgezogen hat, ne? Hier unten ist jetzt alles nass. Okay, wir haben das erste Ventil gefunden. Mehr als Zufall eigentlich. Aber immerhin. Female Drain. Dann gibt es noch einen Male Drain oder was? Was ein kranker Scheiß. Ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht weg, weil der wartet doch sicher, oder? Wartet der? Es gibt aber auch nur diesen einen Weg. Na ja, glücklicherweise ist der dumm wie Stroh. Oder? Ich habe ihn gerade gehört. Er ist auf jeden Fall noch in der Nähe. Aber weißt du was? Wir gehen einfach... Wir gehen einfach jetzt nochmal hier durch. Oh, da ist er ja. Alter, verpiss dich. So ein Kotzbrocken. Ich glaube, das zweite Ventil ist da, wo er gespawnt ist. Das macht ja auch nur Sinn. Oh, wir sollten vielleicht nicht in dem Wasser laufen, weil das könnte erhören. Ich versuche mich mal hier an der Seite vorzuweigen. Oh, und hier ist ja gar nichts. Doch, eine Batterie. Aber nicht das, was ich mir erhofft habe. Wo ist das zweite Ventil? Das muss aber auf der Seite sein eigentlich. Oh, shit, schon wieder hat er mich gesehen. Da war eine Tür. Die war verbarrikadiert. Vielleicht können wir das irgendwie lösen. Oh, okay. Ich habe es gefunden. Aber, wenn ich mich nicht verstecke, kriege ich auf die Fresse. Erstmal dran drehen. Schnell. Weil er wird ja auch ein bisschen Zeit brauchen, bis er die Tür aufgebrochen hat. Okay. Okay, okay. Es gibt Spinde. Es gibt Spinde. Ich stelle mich einfach mal rein. Er ist direkt vor der Tür. Ich höre seine Kette. Oh, nein. Ich meine, es ist ja voll okay, wenn er darauf steht, in Ketten gelegt zu werden. Aber ich nicht. Wobei? Nein. Jedenfalls nicht von ihm. Was? Nein. Scheiße, das ist das erste Mal, dass er auch den zweiten Spind geöffnet hat. Raus hier. Okay, das war jetzt eine Riesenüberraschung. Bullshit. Bullshit. Aber ich kann doch schon abhauen, oder? Ich meine, das Wasser ist abgelassen. Oh, falsche Richtung. Nein. Falsche Richtung. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss nochmal in den Tunnel. Nur so kann ich ihn loswerden. Schnell. 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 Wir müssen die Batterie, Alter. Jetzt kurz gucken. Ist er da in der Nähe? Nein? Okay, dann renn. Bruder, renn. Sag mir bitte, dass das Wasser jetzt abgelassen ist Yes, yes Tschüss, du Spinner Leck dich doch selber in Ketten, du blöder Freak Dieser Kettenhaini ist das Schlimmste Allein sein Face Holy shit Okay Fürs Erste Ruhe Ich glaube, er ist auch zu blöd zum Kettensteigen Treppensteigen, jetzt sag ich schon Ketten Wie auch immer Hier hängen noch weitere Freunde ab Es wird nicht angenehmer Hat aber hoffentlich auch keiner erwartet Scheiß mir die Hose Wie kommen wir denn jetzt wieder raus Irgendwie glaube ich, der erwartet mich da oben Auf jeden Fall sind Leute da Finde einen Weg aus der Kanalisation Was meinst du, was ich hier mache? Was ist denn das hier? Was ist das für ein Geräusch? Was passiert hier? Ich habe das Gefühl, das ist der schlimmste Ort von allem Was ist das? What the fuck? Was zum Hier ist auch gar nichts Es führen zwar Spuren da durch, aber da komme ich nicht hin Da war jemand, der hat gesungen und das war gar nicht mal so schlecht Ach, ist das der Weg zum DSDS-Casting, oder? Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch Was ist Project Ballrider? Eine kranke Scheiße Das steht mir auf jeden Fall fest, Alter Aber mehr kann ich auch nicht sagen Ich will es eigentlich auch nicht unbedingt rausfinden Ich will hier einfach nur verschwinden und gut ist Aber der Typ ist wenigstens echt lieb Das haben uns ja auch schon vereinzelt Patienten geholfen So ist es nicht Aber manche sind halt so durch Dass sie auch eine Gefahr darstellen Ja gut, welchen Weg soll ich jetzt nehmen? Oh mein Gott, warum ist das so rot? Oh, muss los! Was ist das hier? Hilfe! Scheiße, der Weg ist zu Nein Die entsorgen hier anscheinend das ganze Blut Kippen es einfach in die Kanalisation Und es ist so viel Dass sich das Wasser bereits rot gefärbt hat Boah, ist das ekelhaft Ist das ekelhaft Ne, ohne Spaß Da muss man gar nicht Da muss man gar nicht noch draufhalten Das ist so schon eklig Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh nein Kommt er durch die Tür? Ich will das nicht aufmachen Das geht eh nicht auf, oder? Besser so Besser so Aber Heißt Um die Ecke Wartet jemand, der es nicht gut mit mir meint Und der könnte mich auch um die Ecke bringen Wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich doch in den Raum, oder nicht? Ich kann zumindest gucken Was mich erwartet Nichts Gutes Boah Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich durch so einen dünnen kleinen Tunnel durch müsste, ey Mit Todesangst, ja Und um mich herum irgendwelche creepy Geräusche und Leichen fallen vom Himmel herab Komm da nicht hoch Okay, war auch nur ein Regal Wieder zwei Optionen Okay Ein relativ großer Raum Was soll das? Scheiße Das wird so schnell nicht aufhören, ne? Ich finde es hier unten aber wirklich am gruseligsten bisher Ist ja auch klar Weil es ist permanent Düster Und dann noch diese Geräusche Verdammt Außerdem habe ich ja gerade noch irgendwas hier gesehen Da ist eine Batterie Wir werden so safe gleich aus dem Wasser von irgendwas Ekligem überrascht Wo muss ich denn hin? Also kann ich doch da hoch? Ah, hatte ich vorhin schon überlegt Okay Huch Ah, ich bin auf der anderen Seite Lieber mal die Batterie wechseln Es ist ein bisschen früh, ja Aber Aber Ich fühle mich hier super unwohl Außerdem ist man im Wasser auch noch so langsam Junge, 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 Junge Bleibt bitte liegen Bleibt bitte liegen Soll ich da lang? Nein Da ist gar nichts Nope Kommt jetzt wieder so ein blödes Labyrinth auf mich zu Wie vorhin Nee, warte, was ist das? Da ist ein Spalt Fuck Aber ich glaube bei dem Spalt waren wir vorhin schon Und haben da durchgeblickt Also solange mich keine mutierte Kackwurst angreift Ist alles gut Das erinnert mich so krass an eine Akte X Folge Aus Staffel 2 Die ist einer der bekanntesten ever Der Kettenmann Ich höre ihn Jedenfalls gab es da ein Monster in der Kanalisation Ist einer der bekanntesten Folgen ever Und einer der gruseligsten auch Vor allem für die damalige Zeit Ich glaube so ist es Folge 2 von Staffel 2 Na egal Wer die Serie kennt, kennt auch die Folge Genau daran musste ich jetzt denken Und witzigerweise sieht dieser Kettenmann Ihm auch relativ ähnlich Nur das Monster aus Akte X Hat so einen fetten, runden Mund Das war so ein Parasitenviech Aber die haben durchaus Ähnlichkeiten Scheiße, wo soll ich denn jetzt lang? Wo soll ich denn jetzt lang? Weil ich jetzt dem Kettenmann in die Arme laufe Bin ich sowas von am Arsch? Kann man da hoch? Nein Aber da Da ist was Da ist was Okay Okay Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Oh, der Kettenmann ist in der Nähe Der Kettenmann ist in der Nähe Scheiße Aber ich muss da irgendwie rauf Wo ist der Kettenmann? Ah, da, 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 da Da geht's hoch Oh shit Oh shit Komm schon Komm schon Ich sehe ihn nicht Aber er ist verdammt in der Nähe Er hat mich gesehen Aber ich sehe mich Spring Kletter Bin ich safe Nicht, dass er mich nochmal runterzieht Oh, muss los Was mit dir? Scheißegal Hauen wir ab Was denn jetzt die da? Oh fuck Kamera Oh, oh, oh Der hat mich reingehauen Der hat mich reingehauen Scheiße Ich weiß nicht Ich verfolge den einfach mal Weil das war nicht der Böse Das war glaube ich auch nur einer Der flüchten will Oder warte Wir können uns zusammentun Ein Spalt Spalt ist immer gut Ich handle gerade einfach nur noch aus Reflex Ich weiß gar nicht, was ich hier tue Ich versuche einfach nur zu entkommen Eine Tür Und eine Treppe Ich weiß nicht Aber irgendwie ist mir die Tür sympathischer Komm, wir nehmen die Tür Was? Sag dich, die ist mir sympathischer? Ja, moin Ich hätte nicht gedacht Dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte Hunderte von Leichen in einem Raum Tausende von Fliegen Ist das der Weg nach draußen Von dem der Priester gesprochen hat? Männer, das ist, du Dann bleibe ich hier Dann bleibe ich ohne Spaß hier WDS? Die nächste Leichengrube Die größte bisher Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation Ach, jetzt check ich das auch mit Männer Und mit Female die ganze Zeit Aber mir sind bisher noch keine Frauen Na gut, vielleicht kannst du das auch Bei der Verstümmelung nicht mehr auseinander halten Ich dachte nämlich vorher Dass nur Männer hier eingesperrt sind Aber es gibt wohl durchaus auch Frauen Na gut Warte mal Ist das der Typ, der uns helfen wollte? Also ich kann ihm jedenfalls nicht helfen Dieses Spiel ist krank Es ist einfach nur krank Was ist denn hier? Ah Je weiter ich fliehen möchte Desto tiefer dringe ich in diesen Gottverdammten Ort ein Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube In diesem Keller wurden Leute gefoltert Mit Methode An der Wand steht geschrieben Finger zuerst Dann die Eier Dann die Zunge Die Folter wird von jemandem angeleitet Er gibt Anweisungen Spätestens bei Eier ist Schluss Aber wie durch muss man im Kopf sein Um dann noch die Anweisungen zu geben Was für ein komplett krankes Schwein Ist das denn? Wahrscheinlich macht er das nebenbei noch so Während er so So ein paar Bonbons isst Und Gameboy spielt oder so So stelle ich mir dieses freaky Geschwein vor Boah, wenn wir dem begegnen Dann ist Ende Gelände What the fuck What the fuck Von, wo kommt der Lärm? Scheiße Das ist der Kettenmann Aber er kann da nicht durch, glaube ich, oder? Dank des Schranks Scheiße, es gibt aber noch einen zweiten Weg Hier, die Tür Wo bist du, du Spast? Jetzt sagt mir nicht, ich muss da durch Als ob Kein Normaldenken, dann nimmt doch jetzt diesen Weg hier Wo gerade noch ein Freak dagegen geschlagen hat Das ist doch komplett Wahnsinn Aber wenn man keine Wahl hat Hallo? Ich höre was Ich höre was Warum so viele Türen? Help Oh Da sind wir also durch Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Oh no Ist das der Raum, wo die Experimente durchgeführt werden? Und da sind noch Patienten, die gerade am verrecken sind oder so Wernicke wartet auf mich Come in What the ffff על der Oh 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 Achso, war ein Dokument, ja. Bin schon durch hier, ey. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen... Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist das gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Ich muss los. Ich muss ganz weit los. So, wie kann es eigentlich sein, dass so eine Scheiße nicht indiziert ist, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Das geht's doch nicht! Irgendwie glaube ich, ich soll da rauf. Geht das überhaupt? Leider ja. Geht das überhaupt nicht. Vielleicht. Ja. Ja. Untertitelung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020